Die Diora-Tool Beim Surfen geht es um Balance Die erste Wasserrutschbahn kommt Lass mich das Fenster hochfahren Los, weiter, weiter Okay, die erste Wasserrutschbahn ist geschafft Aber vor dir liegen noch ein paar Bevor ich dich für den nächsten Rang anmelden kann Los, los! Hier geradeaus Nimm den Geschwindigkeitsboost bis nach oben Und überspring die Schlange Okay, da kommt die zweite Wasserrutschbahn Denk dran, dich mit dem Wasser zu bewegen Nicht dagegen Juhu, surf's up! Nein, warte, äh, surf down? Oder? Wir haben diesen Ausdruck nicht im Spanischen Ab zur Wasserfallschlucht Wir sind fast da In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht Haha, das war der Wahnsinn Ich trockne mir die Haare Und du gehst wieder zur Akademie Du bist jetzt im Profi-Rang Oh, und den Diora Kannst du behalten Du hast es durch die Qualifikation geschafft Du bist nun offiziell ein Akademie-Profi Ich hab alle neuen Events deinem Zeitplan hinzugefügt Irgendetwas sagt mir, dass du sie lieben wirst Willst du etwas mehr über Hot Wheels erfahren? Willst du mehr über den berühmten Orange Track erfahren? Absolut Bin gleich da Es wird Zeit, dass du etwas über die größte Rivalität der Hot Wheels-Geschichte erfährst Komm runter, ich erklär's dir Da du nun im Profi-Rang bist Können wir die schnelleren Autos aus der Garage holen Versteh mich nicht falsch Wir werden hier oben irre Geschwindigkeiten erreichen Aber wir müssen vorsichtig sein Jedes Mal, wenn du in der Akademie aufsteigst Lass ich dich schnellere Autos fahren Übrigens, im Park muss man für Schnellreisen nicht bezahlen Die Hot Wheels-Leute wissen, wie man Autos bewegt In 400 Metern rechts abbiegen Rechts abbiegen In 200 Metern scharf rechts abbiegen Scharf rechts abbiegen Du hast dein Ziel erreicht Scharf rechts abbiegen